So Leute, Mahlzeit! Ich glaube auf die Ocean 6. Schauen wir mal. Dreißig, dreißig. Mal angasen. Das ist aber schön. Ja, ja. Ja, genau. Auch friskig. Die Kiste ist sowieso die ganze Zeit tot, Mann. Kannst spüren, was du willst, ey. Der läuft schwer mitgenommen jetzt. Und wie meinst du das? Du meinst, das ist alles ganz schön bitter, oder was? Ja, total. Vor allem, wenn die so laufen. Das ist total langweilig, ey. Eier! Noch eine. Nee, sah so aus. Vom Rad aus. So, jetzt die Männer. Alles andere. In den Arsch stecken. Ah, die Biber. Ja, gut. Weißer, die Wortwahl ist doch bei uns nicht so. So reden wir doch gar nicht normalerweise. Ja, aber ist doch viel. Du willst ja noch mehr. Du kannst ja nur was holen, ne? Klar. Ah, ist hier. Guck mal, ist hier. Da. Lady. Mach dir mal ein Fünfer Füt hier. Was hältst du denn davon? Hä? Bitte? Sagen wir mal Fünfer Tammern, ja. Sechs Scheine. Ja. Na gut. Sechs haben wir natürlich nicht. Aber. Nie. Eins, zwei. Mal verlängern. Mach da wenigstens vier, eh. 120. Da ist so ne 30,50 Euro Geschichte, ne? Ob du da nochmal mit reinkommst, weiß das sind alles so Fragen. Ja. Jetzt kommt was. Nee. Das war scheiße. Das ist ein bisschen gelesen. Das war's. Das war's. Sechs. Spielst du auch nicht oft, diese Schieße, Schieße, ne? Die, diese, äh... Diese Sechser, ne? Nee, spiel ich auch nicht oft. Ne, ne. Total so. Hast du mal gesehen, dass andere so ein bisschen Binger oder so haben? Auch nicht, ne? Für 10-10 hat er ja schon Granate bezahlt bei er. Ja, weil die ersten Spiele waren so diese erweiterten Spiele auf dem Park eben damals, die sich nur Holanda ausgibt haben. Nee, klar. Aber das ist ja auch nicht so, oder? Nee. Dazu der Riesenvorteil ist sowieso die Frage. Manchmal siehst du ja hier bei sechs Möglichkeiten weniger zwei Skatter als bei den normalen Zündwalzen, weißt du? Ja. Das ist ja Spinnerei, Mann. Er hat weggefallen. Oh. Der Image. Hat gesparen. Zweimal gezeigt, zweimal drin. Gute Ausbeute. Komm, er gibt den Typen, ey. Come on. Ja gut, K geht auch noch. Der K ist noch gut. Wenn's denn mal so ein kleines bisschen Lauf hätte, wie es mal war, ne? Ja gut, mit vier ist schon mal dabei. Gibt der überhaupt für sechs? Außer 60 oder 300. Die kannst du natürlich vom Arsch putzen, ja. Jetzt mal zwei, drei Verlängerungen hier, ey. Mann, Mann, Mann. Dann tun wir da noch den Scheiß vergammelten Zähne, oder? Ja klar, logisch. Eins, zwei, drei und nix lecken, Herr Marsch. Ne, drück mal auf Menü. Guck mal, jetzt ist das Bild auch ganz klar. Eben war ja hier die ganze Zeit Sonne. Das sind alles Top-Handys. Ah, hör auf, mach mein Handy nicht schlecht. Eins, zwei, drei, vier, gut. Eins, zwei, drei, vier, gut. Flagschiffe sind da, bei mir. Flagschipps. Ja, ja, ja. Mein Flagschipps. Mein Flag, Junge. Haben wir eine Verlängerung, oder was? Was sagst du dazu, Dicke? Na nun, kommst du ja nicht auf den Grundzweig, aber wenn er jetzt voll macht, glaube ich. Wollte mal nur von 300, 400, oder? Ja, wenn er jetzt ganz voll machen würde, wäre ja 300, ne? Es ist ja 60 pro Linie dann. Also bei 6. Nein, ach. Was ist das? Ja, nein. Mach wenigstens mal so einen Fünder bei 60 Euro. Ach, du kennst mich doch. Ich bin da immer ganz relaxed, Mann. Egal. Du könntest auch mit der Autobahn in den Po verlegen, was? 700 am Arsch hängen, Mann. Trotzdem ganz relaxed wie immer. Gleiche Stimme. Äh, klar, logisch. Klar, musst du jetzt noch mal verlängern. Das ist ja kein Problem. Komm, jetzt musst du auch noch einen machen, ey. Ja, da bleibt es ja gar nichts. Komm, 2x4, oder was? Das ist doch alles. Scheißhaufen ist da doch. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Julian Werschenko. Ja, das ist ja, kein Problem. Oh mein Dreck 5Ks, schwein, er geht durch 1K weiter. Nein, Gott, bist du am Arsch, Alter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann gerade sagen, keine Skatter mehr hier oder was? Kein Geräusch mehr, nix. Well, der ist nicht dran, nicht zu lieben. Okay, ichoo, der ist nicht zu lieben. Ja, okay gut. In den Baum rücken. Ja, ich guck mal. Anzeichen sind ja jetzt gerade nicht mehr so mäßig, bessere Chance gibt es ja nicht. Schade Made, ja. Ja. Warte zu machen. Das ist ja doch fatal. Das wird ja in dem Moment ja auch irgendwie immer verarscht werden. Das ist ja ein bisschen, der das weiß, aber nicht schon wieder vorbei. Ja, baut kurz auf, ne, und dann schützt die Kotschke. Das ist ja auch noch ein bisschen zu spiel, ne? Das ist geschickt, aber nicht. So, dann spielen wir mal was anderes. So, machen wir hier kurz weiter. Ja, dann 60 Euro da. An dem Novo spielen wir gleich weiter. Ich wollte mal ganz kurz hier mal ein bisschen variieren. Für die gute Minimums hier. Gucken. Nein, für mich. Ich bin schon begeistert. Hä? Ich bin schon begeistert. Ich bin schon begeistert. Begeistert. Naja, das ist ja doch schützt die ganze Zeit. Ja, ne, ich guck mal, wie wird so, ne? Bei den Lichtverhältnissen ist es natürlich auch super dann zu filmen, ne? Das ist natürlich immer eine gute Qualität. So, jetzt lass mal wieder mal ein totes Ding ausgegraben. Hallo. Du hast ein ganz totes Ding im Wasser ausgegraben. Ja, aber das sind Verpflichtungen, die ich habe. Weißt du? Das sind zu viele. Nein, das sind Verpflichtungen. Keine mehr sehen. Ich kann alle Fuhrenleute machen. Wir haben es alle von oben auf gehabt gegast. Das wird keiner mehr sehen. Das Spiel. Ach, das würde ich so nicht sagen, ne? Ich habe gesagt, ich spiele das. Für jemanden, weißt du? Ja. Dann, äh. Ich hab da wirklich auch eine drüber, das Schwein. breaking. Das ist ja ein frisches Spiel, ne? Inya in den Lubie! Bah band band Bam bam Dam bam thing aly Jedes Mal geht das schon vom Kopf an vorbei. So, nur danach eine neue Aufnahme, die wir den Novo dann noch abspielen. Die ist besser als 6 Euro. Und dann geben wir erst mal Dessen auf jeden Fall. Wieder nicht. Die ist voll bitter, ne? Guck mal was dazu machen. Komm jetzt rein, du Freundchen. Ich will einmal den Brunnen nehmen. Nein, nein. Klar. Das habe ich eigentlich schon. Ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit. Jetzt bitte ich dich aber mal. Ja, das ist ein Marathon, der heute mit mir hier am Arsch ist, Junge. Du bist ja immer so. Ich bin dein Sohn so einer. Wie war der Mann? Du konntest mein Sohn sein. Ich bin deiner, meinst du? Andersrum. Ja. Aber knapp. Knapp, knapp, knapp. Da muss ich auch nicht gewisse Kriege reden. Ja, das stimmt, Alter. Wenn ich mir die Peitscherei hier rein tue. Du weißt das nicht. Das ist alles am Knacken. Das ist wohl wahr, Mann. Das ist nicht gelogen. Ja, weil der so, wenn immer Geld reinkam, dann richtig gesündig sind. Die Schmerzen sind automatisch. Ja, bei dir natürlich. So, hier leider nichts gemacht. Ja, gut. Aber gespielt. Ah, was? Was hättest du hier gut gemacht? Und... Arschleck. So, Leute, abonnieren auf jeden Fall. Ja. Viel Spaß mit dem Video.